Oink Enterprise Beauty Channel, heute wie rassiert man sich mit der Rassierkleinung Ich weiss nicht ob man es sieht, aber es ist ja trotzdem, ich probiere mich nicht umzubringen Eigentlich so kann mein fucking Gillette 300.000 Rassierapparat mit 500 Milliarden Minus klingen, aber er ist weggekommen So, Aschenbecher Das mal ein wenig mit Stil, zum Rest eine gewisse Grundhygiene So, ich muss noch heißes Wasser geben Merci Poutine Mann Das mal ein wenig mit Stil Vielen Dank. 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 Oh, baby, Schmieren. So, So,